Eine einfache Tischdekon im Schäbische Look kann man mit Altglas, Holz und einem Papierdraht gestalten. Diese Nägel nagel ich auf einem Holzbrettchen auf der Seite rein. Je nach Länge des Nagels braucht es mehr Hölzchen und kann nachher mit Hölzchen, die man geschnitten hat, von den Bäumen, kleine Bördchen machen, die ich mit dem Papierdraht zusammenbinde. Diese bekomme ich mit dem Rubelgol auch noch, damit es gut hat. Man kann natürlich auch mehr Nägel einziehen und so miteinander verdrahten, was einem natürlich einfacher geht. Wenn die Bördchen aufeinander oben verleimt sind und das Ganze gut abgetrocknet ist, kann ich den nächsten Schritt machen. Und zwar mit einer Altdorfarbe, Weiss, die ich jetzt hier genommen habe, das Ganze noch kurz mit dem Bimsul anstreichen. Man kann das Ganze auch im Naturlook sein, das heisst, ich verwende die Farbe nicht. Ich habe jetzt hier einfach Weiss genommen, dass das Ganze ein bisschen grösser erscheint und wirklich so ein bisschen im nordischen Stil daherkommt auf dem Tisch. Die Farbegutel trocknen, bevor man es auf den Tisch legt, wenn man es noch ein bisschen weiter unten auch grundiert und kann nachher anfangen mit den Fläschchen zu dekorieren. Die Sandbitterfläschchen, die ich hier genommen habe oder verschiedene grössere Schüssefläschchen oder Gurkengläser, mache ich mit dem Strukturschill bearbeiten. Das heisst, ich nehme den Strukturschill drauf runter, ich habe es jetzt hier mit dem Handschuh gemacht, damit ich die Hände nachher wieder sauber habe und kann nachher das Ganze so ein bisschen anklöpferlen. Das gibt so ein schönes Muster, man kann es auch glatt sein lassen, man kann sonst irgendetwas nehmen, wo ein Muster reingeht. Und das geht eigentlich sehr schnell, sind die Flaschen dekoriert und sehr schnell sind die auch trocken. Dann kann ich das Ganze in das Brett reinstellen, mit Blumen dekorieren, die mir gefällt, und hat eine wunderschöne frühlingshafte Dekoration, die man natürlich auch durch den Sommertöre mit anderem Blumenflor verwenden kann.